Ja, liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist es wieder mal soweit. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. KW 31 2024, der August hat begonnen. Der Herbst hat heute schon mal, am Freitag zumindest, schon mal seine ersten Fühle ausgestreckt. Und wir haben also erlebt, wie das ist, wenn es wieder kühler und regnerischer wird. Aber die nächsten Tage sollen wieder schön werden. Ja, es wird wieder mal Zeit, sich die E-Audio-News der Woche anzuschauen. Ich habe heute insgesamt sechs News und dann noch einmal Kurzmeldungen, noch einmal sieben Kurzmeldungen und natürlich wie immer eure Kommentare. Und ich würde sagen, ich habe lange schnack, ich fange erst mal an zu erzählen, um was heute gehen soll. Ja, zuerst geht es natürlich wie immer um eure Kommentare. Ist ganz klar, ich sage ihr das Salz in der Suppe auf diesem Kanal. Da haben wir einmal was zum Thema. Werden MG-Autos verschleudert? Wir hatten ja das Problem das letzte Mal, dass MG mein zweites Fahrzeug dazu bekommt. Wenn man eins kauft. Dann hat jemand was geschrieben zum Thema kapazitive Tasten bei VW sind eine Katastrophe. Und da gibt es echt so beide Meldungen. Dann noch ein Kommentar zum Thema bidirektionales Laden. Kann das jedes E-Fahrzeug? Und einer ist überzeugt davon. Ja, kann es. Müssen wir uns auch mal reinschauen. Ja, und dann der letzte Kommentar noch mal zum Thema. Ja, warum Robo-Taxis eine kurze Lebensdauer haben und eine gute Geschichte von Tesla ist. Ja, auch ganz interessant. Habe ich so noch gar nicht betrachtet. Aber schauen wir uns nachher gleich mal an. Ja, dann kommen wir zu den eigentlichen Meldungen. Und zwar Nummer 2. Ja, warum ist Tesla der König der Straße? Ich weiß jetzt, wir haben viele vielleicht wieder abschaltet. Um Gottes Willen wieder so ein Tesla-Hype. Aber ja, Wahrheiten müssen ausgesprochen werden. Ja, dann nächster Punkt Nummer 3. Mittlerweile haben wir 42 Millionen E-Autos weltweit. Also es geht langsam Stück für Stück vorwärts. Dann der nächste Kommentar Nummer 4. Es wurde dein neuer Audi e-tron oder Audi 6 e-tron vorgestellt. Viele von euch haben ganz gesehen haben. Ja, ich fand, das Auto hat einige ganz interessante Geschichten. Muss man es mal anschauen. Dann Nummer 5. Tesla FSD 12.5. Und da ist auch schon Punkt 1 rausgekommen. Und ja, viele sagen, Wahnsinn, was da gerade funktioniert bei Tesla. Schauen wir uns auch mal an. Und könnte da dadurch das Robotaxi doch schneller kommen als gedacht. Spannende Geschichte. Ja, dann Nummer 6. Gibt es eine Studie und die hat gesagt, okay, was ist Schuld an dem schlechten E-Auto-Verkäufen in Deutschland, in Europa? Ja, politisches Zögern und die Zelle. Ja, meine Rede. Schauen wir uns auch mal an. Ja, dann sind wir dann auch schon bei den Kurzmeldungen. Da einmal zum Thema X-Bang kündigt neues HPC-Ladegerät an. Und zwar mit wirklich hoher Leistung. Dann BMW erweitert sein Produktionsnetzwerk. Dann Tesla. Da sind wir erste Bilder aufgedacht zum neuen Tesla Model Y Uniper. Und ich sage mal, das sieht ja mega geil aus. Zumindest von hinten. Ja, dann BMW will keine E-Motorräder mehr bauen. Da habe ich mich sehr erschrocken. Da wüsste ich, ich habe mir erst vor kurzem so einen BMW CE 04 angeschafft. Und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Und ich werde dieses Wochenende am Sonnabend das erste Video drehen. Ihr werdet es dann irgendwann sehen. Also, es kommt. Ja. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ja, dann nochmal was zum Thema Gefahr an der Ladesäule. Betrifft nur öffentliche Lade. Also, nicht Schnelllader, sondern öffentliche. Ja, kann auch Schnelllader betreffen. Aber da müsst ihr aufpassen beim Laden. Ganz interessant. Dann Nummer sechs. Ja, es geht schon los. Ja, was ja absehbar war. Parkscheibe reicht nicht mehr beim Laden am Parkplatz. Ja, auch ganz interessant. Ja, und dann Nummer sieben mal so ein ganz kurzer Teser, wie effizient eigentlich Tesla Autos baut. Und das ist echt Wahnsinn. Ja, das sind nur die Punkte, die ich habe. Wenn Sie interessiert, bleibt dran. Bis nach dem super für deinen Tesla bist, kannst du gleich dreifach was Gutes tun. Nutze einfach meinen Link in der Videobeschreibung und du sparst bei jeder Bestellung bei Shop4Tesla fünf Prozent. Ich bekomme eine kleine Provision. Damit kannst du selber Geld sparen, unterstützt meinen Kanal und sicherst Arbeitsplätze in Deutschland. Also, worauf wartest du noch? Viel Spaß beim Shop und wünsche dir Krissi und Technik. Ja, schön, dass da dran geblieben seid. Und hier würde ich sagen, fangen wir mal an. Zu allererstes möchte ich einen Hinweis geben und zwar Carbonify. Ja, wisst ihr, das ist mit ein Sponsor, diesen Kanal. Und jetzt gibt es doch eine Meldung von e-Fahrer. Komm, fand ich mega interessant. Und die haben mal so alle THG-Prämien im Vergleich gezeigt. Und ja, wer ist auf Platz zwei? Ja, natürlich Carbonify. Ich habe ja auch mein Motorrad dort bei, also die Prämie beantragt bei Carbonify. Wenn man mal sieht, wer zahlt die höchsten Quoten, ist jetzt Carbonify nicht auf Platz eins, sondern ist dann hier auf Platz zwei. Und das Einzige, was jetzt hier quasi als Nachteil angegeben wird, ist, andere Anbieter zahlen mehr. Und es gibt keine Spendenoptionen. Und ihr habt ja den höchsten, die höchste Kundenzufriedenheit. Und zwar ist das hier bei 3000 Bewertungen 4,9 von fünf Sterne. Also alle sind zufrieden. Es wird niemand abgezockt. Also ich kann wirklich nur noch mal Carbonify wärmsten erwähnen. Ihr wisst ja, habt hier drei Möglichkeiten. Es gibt drei verschiedene Prämien. Es gibt einmal die, die das eilig haben, die sofort in der Woche das ausgezahlt haben wollen. Die bekommen die 70 Euro innerhalb von fünf Werktagen. Und dann gibt es die Klassik-Variante. Das heißt, ihr wartet eine Weile, bis das alles durch ist. Beim Bundesumweltamt, dann bekommt ihr die 80 Euro. Und dann gibt es natürlich noch in der längsten Wartezeit die Bonus-Auszahlung. Das heißt, da wartet ihr im Grunde bis zum Jahresende. Und Carbonify versucht die höchste Quote, die höchste Zahlung rauszukriegen und garantiert euch 90 Euro. Natürlich kann das auch mehr werden. Ja, wenn ihr so lange wartet, ist ja auch möglich. Und ja, das ist doch echt ein mega gutes Angebot. Und da bin ich auch ganz dankbar, dass Carbonify mich unterstützt und ich auch hier für Carbonify auf dem Kanal werben darf. Ja, okay, das soll jetzt kurz dazu gewesen sein. Also ihr seht, auch andere melden, dass Carbonify eine sehr gute Wahl ist. Ich war da sehr begeistert. Musste ich jetzt hier loswerden. Ja. Ja, und dann wollte ich sagen, fangen wir gleich mal an mit euren Kommentaren. Ich habe es mir gemütig gemacht. Ich habe mir einen schönen Kaffee hingestellt. Es ist noch Kaffeezeit, ihr seht ja. Schönen Dank nochmal. Telectrik, die man ja quasi die Tasse mal geschenkt hat, als Wein zu brauchen, habe ich mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt euch auch gemütig gemacht. Ihr habt euch auch ein Tässchen Kaffee. Ja, ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Wenn ihr arbeiten müsst am Sonnabend, ja. Ich hoffe, auch den Tag übersteht ihr sehr gut. Ich drehe das ja am Freitag. Morgen am Sonnabend werdet ihr es sehen. Ja, und deswegen macht es euch gemütlich, die die Zeit haben. Schaut euch die Sendung gut an. Ihr wartet nur eine Stunde gehen. Ich weiß, die letzte ging ziemlich lang. Ich versuche es heute ein bisschen kürzer zu halten. Und alle, die keine Zeit haben, ihr wisst ja, ich habe die Kapitelmarken. Da könnt ihr da hinspringen, wo ihr wollt, zu eurer Meldung. Und könnt euch nur die Meldung anschauen. Ja, okay. Und jetzt fangen wir aber an, wirklich an, nämlich mit euren Kommentaren. Da fange ich gleich an mit Nummer 1. Ja, werden MG-Autos verschleudert? Ja, und das ist hier ein sehr schöner Name von Abgabenspitzenreiter im Kommentar. Ja, bezüglich des geschenkten MG4 muss man sich sehr rational überlegen, dass zunächst ein MG-Fahrzeug gekauft werden muss, womit man dann selbst das Restwertrisiko trägt. Hierzu empfiehlt sich ein Blick in den Gebrauchtwagenmarkt, wo diese Fahrzeuge praktisch verschleudert werden. Ja, ich sage mal, wenn dem so ist, kann ich dazu raten, nehmt euch einen gebrauchten MG. Dann seid ihr günstig elektrisch unterwegs. Besser geht es eigentlich nicht. Aber keine Beschwerden von MG-Besitzern gehört, die sollen wir alle ziemlich zufrieden sein. Da denke ich mal, mit dem Fahrzeug kann man nichts falsch machen. Zumindest, wenn man zu Hause laden kann und ein bisschen wenig Geld ausgeben will, ist das eine gute Variante. Und ansonsten nochmal zum Thema Restwertrisiko. Ganz kurz nur, ihr wisst ja, also ja, ich weiß, das ist mit einem Punkt, den viele betrachten. Und natürlich freut man sich, wenn man sein Fahrzeug nach 4, 5, 6, 7 Jahren, wann auch immer, wieder verkauft und noch einen relativ guten Preis kriegt. Der ist ja dann meistens die Basis für das nächste Fahrzeug. Aber generell habe ich im Grunde meine Autos nie danach gekauft und ich bin kein reicher Mensch oder so. Ja, sondern ich habe immer einfach mal das gekauft, was mir gefallen hat. Ja, meistens das Bauchgefühl, was da ausschlaggebend ist. Und ja, wenn man Glück hat, erhält man einen hohen Restwert. Wenn man Pech hat eben nicht, aber dann muss man leben. Aber das ist für mich, ich habe noch nie ein Fahrzeug gekauft. Okay, ich hoffe, mit dem Fahrzeug habe ich einen hohen Restwert, deswegen kaufe ich das. Also ich finde, der Punkt ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr das Fahrzeug kauft, was euch gefällt, womit ihr zufrieden seid, was zu euch passt, was zu eurem Fahrprofil passt. Das ist eigentlich sehr wichtig und deswegen, ja, natürlich kannst du nicht schaden, mal reinzuschauen. Das ist natürlich auch ganz klar. Ja, da schönen Dank an Abgabenspitzenreiter für deinen Kommentar. Ja, dann muss demnächst und zwar kapazitive Tasten bei VW sind eine Katastrophe. Und da schreibt zum Beispiel Achim Bar 6 9 6 4. Die Tasten sind eine Katastrophe. Das funktioniert ganz schlecht. Ich fahre einen IDBus beruflich und dann die Software. Wenn man im Winter zum Beispiel im Carport startet und die Heizung macht die Scheibe frei und man muss mal kurz aussteigen, um noch etwas einzuladen, geht die Heizung aus. Man kann das nur verhindern, wenn man durch die Beifahrertür aussteigt. Ja, ich sage mal so, im Tesla kann ich einschalten, blub, kriege ich einfach den Knopf und dann wird die Temperatur gehalten. Dass das bei VW nicht geht, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Man kann das nur, also bei Beifahrertür aussteigen, ist ja natürlich gruselig, über den Sitz zu schlafen, um da drüben auszusteigen. Das ist ja echt eine krasse Geschichte. Umgekehrt, wenn man aus dem geparkten Auto ein Werkzeug ausladen will, startet die Heizung, wo man gar nicht wegfahren will. Das ist ja auch normal, ja. Das Ganze lässt sich nicht abschalten oder im Menü verändern. Und das Temperaturmanagement der Batterie ist völlig unlogisch. Man schafft es kaum, dass das Auto mal mit voller Leistung lädt. Ich hatte im Winter schon Ladeleistung, ein CCS von 24 kWh im Sommer bei Langstrecke, nach Autobahnfahrt von nur 40 kW. Ja, also sage ich ganz ehrlich, da scheint was mit einem Fahrzeug nicht zu stimmen. Das ist, glaube ich, nicht normal. Und ein Kommentator hat auch gesagt, bei ihm wäre das alles nicht so. Und er soll mit seinem Fahrzeug mal zu VW fahren. Weil normal ist das nicht, was die Ladeleistung betrifft, ja. Ja, aber trotzdem, schönen Dank für deinen Kommentar. Ist doch sehr interessant. Ja, und dann hat noch hier Petre Salz geschrieben. Ich habe es probiert und bei meinem neuen ID.3 mit Software 3.2 beschleunigt das Auto. Da geht es aber jetzt nicht um die Kapazität, da doch, da geht es auch um die Tasten. Da ging es ja darum, dass man, wenn man beim Einparken so eine Taste berührt, das Fahrzeug vielleicht mal beschleunigt, weil noch der alte Wert vom Tempomat aktiviert wird, was vielleicht 90, 100 kmh sind und dann natürlich jetzt zum Unfall führen kann. Und er schreibt eben, er hat es eben direkt an seinem Fahrzeug mal ausprobiert. Gut, dass nichts passiert ist. Schönen Dank dafür. Und beschleunigt das Fahrzeug schon bei 5 kmh, wenn man die Reset-Taste vom Tempomat bedient. Weil da hat ja VW geschrieben, nee, nee, das geht erst ab 25 oder 30 kmh los. Versehentlich anfassen und einen Unfall verursachen scheint mir unwahrscheinlich, weil die Beschleunigung auch im Sportmodus ziemlich langsam ist. Aber unmöglich ist es nicht. Und da sage ich mir auch mal vielen Dank an Petre Salz. Also Leute, wenn ihr Fahrzeug habt, passt auf, es wäre wohl doch möglich. Das ist natürlich wirklich eine sehr unschöne Sache. Ja, schönen Dank für den Kommentar. Ja, dann sind wir beim Thema Nummer 3. Bidirektionales Laden kann wohl jedes E-Fahrzeug. Und da schreibt jemand, und zwar Jens M7171, zum Thema bidirektionales Laden. Prinzipiell kann jedes Fahrzeug auch Hybriden mit Gleichstromlademöglichkeit auch Strom über zwei Pins der Gleichstromladanschlüsse abgeben. Also bei Hybriden nur die, die auch Gleichstrom haben. Voraussetzung ist, dass die Schütze geschlossen werden wie beim Laden und dass eine Gleichstrombox am Haus mit integrierten Wechselrichtern verbaut ist. Das war auch ganz interessant. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, man braucht eine Gleichstrom-Wallbox. Und da sage ich mal, da wird es schon schwierig mit dem Strom im Haus, ob man da als Mieter dann so eine Wallbox kriegt, wo man viel dickere Leitungen hat, wo viel höhere Ströme fließen. Das ist auch mal eine extra Herausforderung. Ja, ich sage mal so, unter diesen Gesichtspunkten stelle ich es mir schwierig vor, wenn man dann wirklich das schaffen will, flächendeckend, dass die Fahrzeuge mit als Batteriepuffer für das Stromnetz dienen soll. Ich meine, bei Mietern wird das, ist das fast ein Stück weit unmöglich. Also das bei Hausblitzern sicherlich ja, aber bei Mietern stelle ich es mir wirklich ziemlich unmöglich vor. Ja, diese sind bereits erhältlich als diese Wallboxen und man kann momentan sogar mit bis zu 30 Kilowattstunden damit sein Fahrzeug laden. Was aber wahrscheinlich nicht gut wäre. Also schaltet der Fahrzeughersteller die Schütze zur Ladesteckdose frei, wie beim Laden, dann kann der Akku auch und der Rest hat hier nicht funktioniert, aber dann wird er erst wohl gehen, dann kann der Akku quasi auch seinen Strom abgeben. Und ja, ob das so ist, ich weiß es nicht. Trotzdem Jens M71, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ich sage mal klar, ein Stück weit kann das schon so sein, aber dass man da eine Gleichstrom Ladebox braucht, das ist jetzt logisch, aber habe ich da gar nicht dran gedacht. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ja, und dann nochmal zum Robotaxi. Und da war ja auch so die Überlegung, naja, beim Robotaxi gräbt ja Tesla sein eigenes Grab, die wollen ja Autos verkaufen und wenn nur noch Robotaxis rumfahren, braucht man selber kein Auto mehr, aber hier hat jemand ganz interessant geschrieben und zwar Bauchfalte. Schadet Musk Tesla, indem er das Robotaxi pusht? Nein, schreibt er. Zwar wird die Anzahl der Verkäufer und Endverbrauchern abnehmen, aber das wird durch die Anzahl der verkauften Robotaxis locker ausgeglichen. Denn diese werden enorm zulegen, da man sich kein Auto mehr kaufen und unterhalten muss, um unabhängig zu sein. Robotaxis stehen immer und überall zur Verfügung, fahren nahezu rund um die Uhr und leisten daher sehr viele Kilometer. Sie werden daher eine vergleichsweise kurze Lebensdauer haben und schnell wieder ersetzt werden müssen. Und wer liefert die vielen neuen Robotaxis? Natürlich Musk. Ja, da ist echt was dran. Das finde ich echt interessant. Also das ist wirklich eine krasse Überlegung. Ja, da könntest du recht haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, Tesla ist ja auch eine Softwarefirma. Und Tesla wird diese Software, bin ich überzeugt davon, auch verkaufen an andere Hersteller. Und vielleicht sogar nicht mal verkaufen. Vielleicht sogar über eine Gebühr quasi, über eine monateljährliche Gebühr, ich sage mal wie verließen. Oder ich meine, das ist ja bei Microsoft auch so, bei vielen Softwaregeschichten, da muss man bezahlen. Ich glaube, das Geschäft wird Tesla machen. Die werden es nicht verkaufen. Die werden einfach sagen, könnt ihr unsere Software nutzen, aber ihr zahlt dafür eine Gebühr. Dann werden sie sich dumm und dämlich verdienen. Und dann könnt ihr echt mal die Produktion von Autos bei Tesla in den Hintergrund drucken. Ja, was ich traurig finden würde, aber das ist durchaus vorstellbar. Ja, also da vielen Dank für eure Kommentare, die immer wieder mal erhellend sind und immer auf diesem Kanal dazu beitragen, auch nochmal dies und jenes näher zu beleuchten, um vielleicht auch mal zu korrigieren. Ja, da sind wir auch schon bei Punkt Nummer zwei, warum Tesla der König der Straße ist. Und das ist echt mega interessant. Ich habe das mal rauskopiert. Das ist aus X, also ehemals Twitter. Und da gibt es eine Firma in Ungarn, da gibt es auch schon einige Videos dazu und auch können wir vieles lesen, da gibt es auch übersetzt auf Deutsch. Wenn der Text quasi nicht ganz stimmig ist, wundert euch nicht, das ist eine Google-Übersetzung auf Deutsch. Und die Firma, die ist darauf spezialisiert, Tesla-Akkus zu reparieren. Ja, und die haben natürlich unheimlich viel Erfahrung mit Tesla-Akkus, die machen das schon mehrere Jahre, meistens Model S. Und die haben dann mal geschrieben, ja warum ist Tesla der König der Straße? Weil es das einzige Fahrzeug ist, das unsere Garagentore, also Werkstatttore, mit einem Durchschnitt von über 300.000 Kilometern betritt. Und das einzige Fahrzeuge, auf dem wir dokumentiert haben, dass die Originalbatterien von der ersten Installation 600.000 Kilometer überschreiten. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Also das ist echt Wahnsinn. Ich mache mir keine Sorgen um die Batterie. Klar, ich habe ein Model 3, andere Batterie, aber trotzdem mache ich mir keine Sorgen. Und dann schreiben sie auch noch, alle anderen Fahrzeuge haben erhebliche Schwierigkeiten, auch nur die Hälfte davon zu erreichen. Und da soll noch jemand sagen, ja Tesla-Autos sind eine Schrottkiste. Während einige EU-Hersteller mit nur 10.000 Kilometern in die Werkstatt eintreten, Mercedes, Stellantis, Renault, so ist Tesla der absolute Rekordhalter, bei dem auch heute noch einige Althersteller das 2009 entwickelte System von Tesla nicht kopieren. Aber, es gibt ein großes Aber. Also mit Kopieren schreiben Sie, meinen Sie wahrscheinlich, dass Sie es noch nicht geschafft haben, an das System heranzukommen. Damit eine Batterie, insbesondere Model S und X, 600.000 Kilometer überschreitet, darf sie nicht langfristig unter einem geringen Eindringen von Feuchtigkeit, erheblichem Wassereintritt oder Überhitzung aufgrund eines fehlerhaften Klimasystems leiden. Und die haben dann hier eine Batterie auseinandergekommen. Mal gucken, was ich im Bild noch finde, weil ich das mal hier noch einblende. Und da haben sie eben gesehen, dass hier ein Batteriesystem war, da war im Block 1 ein beschädigtes Dachventil, bei dem über 5 bis 6 Jahre kleine Mengen Feuchtigkeit das Modul beschädigt haben, was dazu führte, dass sich um 5% mehr verschlechterte als andere und zusätzlich das Vertratungssystem im Modul beschädigte, also Rost. Alle Proben zeigten sich wiederholende Muster. Dieser Schlussfolgerung führen, Feuchtigkeit ist Feind Nummer 1 für zylindrische Zellen und diese Batteriesysteme sollten alle 6 bis 8 Jahre einer vorbeugenden Wartung unterzogen werden. Sie nennt es hier Resiling-Prozess. Ihr habt auch Bilder, ich will die Bilder mal hier einblenden. Daher empfehlen wir dem Tesla Management Team, diese Resil in ihre Angebote einzuführen. Das heißt, man sollte alle 6 bis 8 Jahre eine obligatorische Kontrolle des Batteriegehäuses vornehmen. Vielleicht auch mal reinschauen, ob noch die ganzen Ventile in Ordnung sind. Es braucht ja Ausgleichsventile. Ja, die Batterie erhitzt sich ja beim Laden. Da stehen auch Luft, die entweichen muss und die wieder reingezogen wird, wenn es wieder abkühlt. Und ja, deswegen ist das wirklich sehr geraten, wenn einmal Feuchtigkeit drin ist, dann ist das ganz der Tor der Batterie sein. Wir haben auch mehrere Stichproben festgestellt, dass Besitzer, die nicht wissen, dass sie ihre Batteriefeuchtigkeit durch Lüftungsschlitze, Lacks, Systemschäden vermieden haben, indem sie häufig in einem Kompressor oder Schnellladegerät aufgeladen haben, wo die Erwärmung der Batterie und der Dräte die Feuchtigkeit herausdrückten, indem die Lebensdauer der Batterie verlängert, aber auch die Gesamtverschlechterung um 3 bis 8 Prozent erhöht hat. Also ihr habt quasi so ein bisschen zwischen, wie sagt man so, zwischen Pest und Cholera. Das heißt, wenn man ab und zu mal die Batterie an einem Schnelllader auflädt, und ich meine, das macht ihr im Urlaub eigentlich immer, so richtig mit 170 kW oder wenn man noch mehr kann, noch mehr, dann wird die Batterie so heiß, dehnt sich so aus, dass die ganze Feuchtigkeit drin quasi verdampft und nach außen gedrückt wird, dann ist wieder die Feuchtigkeit weg und ihr habt wieder eine ordentliche, trockene Batterie. Habt aber dafür eben, wenn ihr das öfters macht, eine schlechtere Gesamtleistung. Das heißt, die Degradation erhöht sich entsprechend ein bisschen. Oder lasst das sein, ihr habt eine sehr gute Degradation, aber die Gefahr, dass die Feuchtigkeit da drin ist und so langsam anfängt zu rosten und eure Batterie zerfrisst. Also ich wäre dann, ja, für das ab und zu mal schnell hatten, ganz ehrlich, weil 3 bis 8 Prozent Verschlechterung würde mich nicht weiter interessieren. Ja, also wirklich mega, mega interessant und das musste ich euch mal berichten, weil das ist ja wirklich wichtig, alle, die in Tesla fahren, das ist ein sehr wichtiger Punkt und vielleicht nimmt das Tesla mal als Service ins Angebot. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn Tesla wirklich die Batterie ausbauen muss, auseinander schrauben muss, um reingucken zu müssen, das wird nicht billig werden. Da sind wir bestimmt mit mindestens 1.000 Euro dabei, wenn keine Schäden festgestellt werden. Aber ich sage mal so, 1.000 Euro sind immer noch viel billiger, wie vielleicht für 20.000 neue Batterien zu kaufen. Ja, also echt mega interessant und was im Grunde so die Haupt-Message ist quasi, es ist eine Batterie, die hält wirklich gefühlt ewig und Feuchtigkeit ist gefährlich. Ja, also das fand ich mega interessant. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr schon Erfahrung habt. Wenn jemand von euch dabei ist, der mal dort war mit seinem Model S oder X und vielleicht mal dort auch die Batterie hat überholen lassen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zufrieden wart, was das war. Am besten war vielleicht, wir machen mal ein kurzes Interview, weil es würde mich auch mega interessieren, was du bezahlt hast, wie lange es gedauert hat und so weiter. Weil das ist ja wirklich eine interessante Geschichte, die, denke ich mal, viel auch hier interessieren wird auf dem Kanal. Ja, das soll es zu Punkt 1 auch schon gewesen sein. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. 42 Millionen E-Autos weltweit. Wahnsinn, ich habe ja gesagt, ja, wer sagt hier, Verbrenner sind die Zukunft? Nein, sind sie nicht, sind sie nicht. Wenn dann nur in Deutschland und dann auch keine Zukunft. Ja, je länger wir hier Verbrenner bauen und vertreiben, je mehr werden wir weltweit abgehängt von dieser Entwicklung und die schadet unserer Autoindustrie noch viel mehr, als jetzt kostfristig chinesische Autos zu fahren. Das sind die Meldungen hier von golem.de und zwar der weltweite Bestand an Autos mit E-Antrieb steigt weiter zügig. Vor allem zwei Modelle sind erfolgreich am Markt. Naja, die meisten werden sich denken können, was es ist. Gezählt werden dabei nicht nur reine Stromer, sondern auch Plug-in-Hybride und Stromer mit sogenannten Range-Entender, also Reichweitenverlängerer, wofür oft ein kleiner Verbrennungsmotor genutzt wird. Ja, wo sind die meisten Autos? Klar, die Heimat der Elektroantriebs ist China natürlich. Wir reden hier zum Stichtag. 23,4 Millionen Autos. Ja, mehr als die Hälfte des weltweiten Bestandes. Also es ist echt der Hammer. Ja, Nummer zwei sind überraschenderweise die USA mit 4,8 Millionen Autos und dann kommt Deutschland auf den dritten Platz. Ja, ausgerechnet Deutschland, wo ja so viel E-Auto-Baschen gemacht wird, wo so viele Innenunsicherheiten gestreut werden, wo auch so viele Menschen dadurch unsicher geworden sind. Aber trotzdem, wir sind Platz drei mit 2,3 Millionen Fahrzeugen. Und das ist doch eine gute Nachricht. Und dann kommt Frankreich und die Vereinigten Königreich. Und ganz klar, ja, in Chinas Dominanz dürfte sich auch kurzfristig kaum etwas ändern, weil sie dort immer noch mit 60 Prozent ein deutlich, deutlich starkes Wachstum haben, stärker als in Deutschland in anderen Märkten. Ja, und mal sagen sie ja, okay, wir brauchen neue Impulse. Der Markt braucht neue Impulse, damit es ja endlich mal vorwärts kann. Angesichts Klammerkassen schlägt da vor, wo ich sage Klammerkassen, also Klammerkassen, aber nicht für alle Bereiche. Ich glaube für Militär nicht. Da holt man sich dann so ein Sondervermögen. Früher hat man Kredit gesagt. Könnte man auch hier machen. Aber das kann man verschiedene Meinungen haben, ganz klar. Aber ich sage mal, so Klamm scheinen die Kassen dann doch nicht zu sein. Ja, und er schlägt ihm vor, klimaschädige Subventionen konventioneller Fahrzeuge abzuschaffen, etwa den Steuervorteil beim Diesel oder das Dienstwagenprivileg für Verbrenner. Ich denke mal, das wird bestimmt kommen, Letzteres. Irgendwann, demnächst. Größte Hersteller von reinen Strom- und Plug-in-Hybriden waren 2023 die chinesische Marke BYD mit gut 3 Millionen Nullzulassungen, dann Tesla mit 1,8 Millionen und VW mit einer Million Nullzulassungen. BMW schaffte es mit knapp 570.000 Fahrzeugen auf Rang 6, Mercedes mit gut 400.000 Fahrzeugen auf zehnten Platz. Und ich glaube, bei BYD sind das aber auch, vielleicht nicht nur E-Autos, ich glaube, das sind auch Hybride. Denn ich dächte, im Moment ist, glaube ich, Tesla holt wieder auf zu BYD aktuell. Ja, nach den Zulassungszahlen stammen die beiden häufigsten Autos von Tesla, das Model Y mit knapp 2,5 Millionen und Model 3 mit gut 2,3 Millionen. Da sind wir ja schon bei 5 Millionen. Also irgendwas stimmt mit den Zahlen hier oben nicht. Ja, und VW hat es trotzdem in die Top 10 geschafft. Mit gut 510.000 Neuwagen liegen sie weltweit auf Platz 7. Ist ja nicht so schlecht. Und für das Erreichen der deutschen Klimaschutzziele wird dringend ein attraktives Angebot in der unteren und mittleren Fahrzeugsegment benötigt, dass eine größere Käuferschicht erreicht werden kann, sagte hier Püttner. Und völlig recht mit dem letzten Satz hier. Füllten die deutschen oder europäischen Hersteller diese Lücke nicht, besteht die Gefahr, dass andere Hersteller, insbesondere aus China, diese Chance ergreifen werden. Selbst wenn die Einführung von Strafzöllen auf der europäischen Ebene dies aktuell zu verhindern versucht, das wird nicht funktionieren. Die werden die Autos hier bauen. Ja, unsere Menschen werden dort in den Fabriken sein, dort die Autos ebenfalls bauen. Und deswegen, lasst das sein. Ja, kooperiert mit China. Lasst uns gemeinsam das vorantreiben. Wir profitieren alle davon. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, das ist auch ganz interessant. Ja, der Audi A6 e-tron wurde vorgestellt. Und ja, das ist natürlich ein Riesenschiff. Das ist ja ebenfalls Golem.de. Und da schreiben sie schon, Audi kann jetzt auch effizient und Reichweite. Und ich sage mal so, auch wenn das Auto relativ teuer ist, muss ich sagen, einiges scheinen sie doch richtig zu haben. Ja, muss ich als Tesla-Fan sagen. Erstens mal, hier kommt eine Akkuladung bis zu 750 Kilometer weit, aber nicht das Standardmodell. Aber das ist auch ganz klar. Und wer zu dicht auffährt, erhält einen Warnhinweis. Und zwar nicht der, der fährt, also der, dem hinten drauf gefahren wird, sondern der, der da von hinten kommt, erhält einen Warnhinweis. Und das finde ich ja mal eine ganz gute Idee. Ja. Bereits auf der Automesse 21 machte Audi seinen Kunden mit dem neuen A6-Konzept neugierig. Nun läuft die Limousine als zweites Modell auf der zusammen mit Porsche entwickelnden Plattformen PPE im Stammbang Ingolstadt vom Band. Und jetzt kommt es, es hat den niedrigsten CW-Wert. Ja, es ist ein sogenanntes Flachbotenmodell. Und die große Batterie hat einen nutzbaren, also hat 94,9 Kilowattstunden nutzbare Energie bei einer Fahrzeughöhe von nur 1,49 Meter, was wirklich ziemlich flach ist. Keine leichte Aufgabe. Und mit 0,21 erreicht der Audi beim Sportback im Volkswagen-Konzern den niedrigsten CW-Wert sämtlicher Modelle. Das ist wirklich ein sehr guter Wert. Selbst die 4 cm höhere Kombi-Version, das A6, liegt mit 0,24 auf demselben Level wie der Sportwagen e-Tron GT. Also es gibt quasi zwei Varianten, Limousine und Kombi. Ja, und die Kombination aus aerodynamischen großer Batterie sorgten da Performance-Variante, also die zuerst der Variante, für eine WLT-Bereichweite von etwas mehr als 750 Kilometer. Also ich sage mal so, 600 sollten echt, echt, wirklich realistisch sein. Ja, und im Gegensatz zu anderen Herstellern hält wohl Audi an seiner Elektrifizierungsstrategie fest. Ich hoffe, das ist noch so oder bleibt auch so. Ich kann nur dazu raten. Und von 2033 an sollten zumindest in Europa und Nordamerika nur noch E-Autos angeboten werden. Ja, und ist auch interessant, die Verbrenner-Varianten tragen ungerade Zahlen, während E-Autos gerade Zahlen haben. Ja, und der Audi A6 e-Tron ist das erste Modell, bei dem die vier Ringe als Teil des roten Rücklichts leuchten. Wenn ich mal ein Bild sehe, werde ich das mal hier einblenden. Ja, und dann kommt es auch schon, ja, Warnhinweise in der Rückleuchte. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass das den Chinesen mega gefällt. Das Lichtband am Heck besteht aus OLEDs, die auch Symbole wie beispielsweise Wandreieck anzeigen. Ich glaube, es haben sich echt aus China abgeguckt. Also das ist echt eine gute Geschichte. Falls auf der Strecke eine Gefahrstelle auftaucht, werden nachfolgend damit gewarnt. Finde ich echt eine mega gute Idee. Gleiches gilt auch, wenn man den Warnblinker aktiviert oder jemand zu dicht auffährt. Da könnten bestimmt so, ich vermute mal so BMW, obwohl auch Audi-Fahrer betrifft, im Grunde alle von solchen Autos, die könnten da etwas genervt davon sein. Also manche drängeln ja auf der Autobahne, wenn dann ständig so sowas aufblinkt. Ich glaube, das tut ein bisschen so die Emotionen noch weiter anfangen. Ja, und beim Audi können es echt interessant, Fahrer können beim Audi A6 zwischen acht Lichtsignaturen für das Tagverlicht in der Front sowie die Heckleuchten wählen. Praktisch ist der Einsatz einer Lichtprojektion im Heck. Ein Lichtsymbol wird auf dem Boden projiziert und zeigt Nutzern, an welcher Stelle man den Fuß kicken muss, um die Heckklappe zu öffnen. Das ist ja auch gut. Man muss nicht wieder mit dem Fuß suchen, okay, wo ist denn jetzt der Sensor, sondern man sieht, okay, hier musst du kicken, damit deine Kofferraumklappe aufgeht. Aber da sage ich mir auch, ist ja nicht die Version von Tesla die bessere. Wenn man einfach bloß hingeht, eine Sekunde wartet, zwei Sekunden wartet und das geht auch immer auf. Man muss gar nichts mit dem Fuß wedeln. Denke ich schon, dass es eine bessere Variante ist. Ja, Kofferraum fasst in beiden Varianten 502 Liter. Dann kommt noch hier die Avant-Version. Hat 1422 mit ungeklappter Rückbank und die Sportback-Version 1330. Ja, dann habt ihr auch vorne einen Kofferraum. Der Stauraum mit der Fronthaube fasst in beiden Varianten 27 Liter. Optional kann man die Fronthaube von außen öffnen, indem man mit den Fingern über das Metall im vorderen Bereich streicht. Das finde ich immer geil. Aber es wird bestimmt eine Extra-Seite, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und alle Türen schließen nach dem Soft-Close-Mechanismus. Das finde ich auch eine gute Geschichte. Das vermisse ich ein bisschen bei Tesla. Sieht man übrigens in den Kofferraum. Und ja, der sieht echt relativ groß aus. Ja, dann wagt Audi erneut einen Anlauf mit Kameras statt Außenspiegeln. Da ist ja Audi so ziemlich auf die Gusche gefallen, sage ich mal. Das kam gar nicht gut an. Aber nun liegt das Bild der Nachbarspur im Blickfeld des Fahrenden und damit fast an gewohnter Stelle der klassischen Außenspiegeln. Auch da, wo ich mal ein Bild einblenden möchte, eins finde. Außerdem lassen sich die Kameras der Version 2.0 einklappen. Finde ich auch eine gute Geschichte. Und jetzt kommt es ja, warum war das wichtig, dass es einklappt? Und ich kann diesen Grund echt voll nachvollziehen. Es war nämlich ein Kundenwunsch und zwar ein von außen sichtbares Zeichen zu erhalten, dass der Wagen verriegelt ist. Und das war interessant. Ich hatte mal diesen Audi A6 Verbrenner-Leihwagen vor nicht allzu langer Zeit. Und da war ich echt überrascht. Auch da konnte ich einfach weggehen. Das Fahrzeug verriegelt. Aber ich habe nichts gesehen. Keine Blinkler, keine Spiegel, nichts. Und ich wusste echt nicht, ob der verriegelt war. Und da sieht man, das geht nicht nur mir so. Das geht auch anderen Menschen so. Und ja, ist echt auch mal interessant. Ja, dann habt ihr ein Glas-Panoramatach. Optional erhält ich natürlich, was sich blickdich schalten lässt. Das vermisse ich bei Tesla auch ein bisschen. Also jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, und damit kann man sogar wählen, ob das komplette Dach oder nur Streifen undurchsichtig werden. Das finde ich auch echt eine mega coole Geschichte. Also seht schon, da sind echt ein paar Sachen drin. Endlich kommt hier mal was Neues bei Audi. Endlich ist mal Audi ein bisschen innovativ. Dann gibt es natürlich ein leicht gebogenes Doppeldisplay auf der Fahrerseite. Es gibt ein Head-Up-Display, wo Tempolimits und Navigation angezeigt wird. Und der Beifahrer kann einen eigenen Bildschirm sich anschauen. Wenn man natürlich während der Fahrt der Fahrer nichts sieht, ist ja ganz klar. Dann habt ihr einen Sprachassistenten. Und da habt ihr nicht nur Zugriff auf lokal gespeicherte Antworten zur Fahrzeugfunktion, sondern auch über eine Datenverbindung, auch auf JetGPT. Ja, wer es braucht. Dann habt ihr natürlich ein Soundsystem von Bang & Olufsen mit 830 Watt, mit bis zu 20 Lautsprechern. Und ihr habt auch im Fahrzeug ein LED-Lichtband am Übergang vom Maturenbrett zur Frontscheibe, was quasi den richtigen Weg weist beim Navigieren. Ich vermute mal, so wie bei VW auch. Das ist dann so ein Lichtimpuls. Ja, du musst abbiegen, rechts und links zischt. Dann habt ihr eine stoffbezogene Leiste von Tür zu Tür, kann ich auch hier einblenden. Ja, und ihr habt eine komplett lederfreie Innenausstattung. Gehört ebenfalls zum Konfigurationsmenü. Und ich sag mal so, ich will so langsam wieder ein bisschen Leder haben. Ich finde, Leder hat nochmal was extra, was dieses, ich sag mal, Kunstleder nicht hat. Übrigens, das Bild könnt ihr sehen, sieht echt schick aus. Ja, ihr habt im Grunde die Ambientebeleuchtung in den Türen, oben und unten. Ja, seht ihr hier. Dann auch an der Frontscheibe oben, dann hier unter dem Bildschirm am Fahrerplatz. Auch ganz unten habt ihr mal Ambientebeleuchtung und sieht ein bisschen schick aus. Erinnert mich aber ein bisschen so an Opel. Ja, im ersten Moment. Also ich sag mal so, nach Audi, ja, sieht das nicht unbedingt so auf den ersten Blick aus, wenn man das drauf schaut. Also, wenn ihr so denkt, dass das ein Audi ist, würde ich nicht denken. Ja, aber ja, sieht nicht schlecht aus. Ja, Serien 17 Zoll Reifen. Klar, ihr könnt euch auch größere Reifen konfigurieren. Und auch der Hinweis, je größer durchmachst, desto höher der Verbrauch. Und beide Varianten, Sportback und Avant, kommen serienmäßig mit Stahlfederfahrwerk. Das heißt auch, es ist auch ein Luftfahrwerk quasi optional erhältlich. Dann habt ihr ein 800 Volt Batteriesystem und könnt ihr in 21 Minuten mit bis zu 270 kW von 10 auf 80 Prozent laden. Genauso muss es sein. Ihr habt Wechselstromladen mit 11 kW. Es soll wohl 22 kW später hinzugefügt werden. Und ihr habt zwei elektrisch öffnete Ladeklappen an den Fahrzeugseiten innerhalb, also in der Serienausstattung. Das finde ich eine sehr gute Geschichte. Das finde ich auch sehr gut. Auch durchdacht. Ja, und ihr habt eine hohe Rekuperationsleistung von bis zu 220 kW. Das finde ich echt cool. Bei bis zu 90 Prozent aller Bremsvorgänge wollen die Autoingenieure erreichen, dass Energie zurück in die Batterie fließt. Mega coole Geschichte. Ja, und wie geht es los? Also vom Preis her. Es beginnt bei 63.000 Euro. Ja, was echt happig ist. Aber ich meine, die Daten sind gut. Die Kombination ist nochmal 1.650 Euro teurer. Was auch blöd ist. Ja, der günstige Einstieg kommt immer mit der kleinsten Batterie. Und da habt ihr dann 83 kW, was trotzdem noch eine gute Größe ist. Ja, hier steht WLTP-Reichweite 610 km. Ich sage mal, ihr seid ja auch mit 500 km ganz gut dabei. 210 Gamma Höchstgeschwindigkeit. Ja, 6 Sekunden 0 auf 100. Völlig ausreichend. Was ich so krass finde, der Unterschied zum Performance ist relativ gering. Ja, 5,4 zu 6. Das ist eigentlich aus meiner Sicht vernachlässigbar. Auch die Batteriegröße ist nicht viel größer. Ihr habt den Verbrauch angegeben hier von 14 kW, 100 km. Ist auch ein sehr guter Verbrauch. Wird auch hinkommen, denke ich mir, wenn man normal fährt. Ja, ein Basispreis 63.000. Und ich sage mal, ja, auch wenn das ein hoher, relativ hoher Preis ist, finde ich den Preis gar nicht so schlimm. Ich sage mal so, Audi hat immer schon einen geworbenen Preis. Das ist kein Billigauto immer schon nicht gewesen. Und da sage ich mal so, ich finde den Preis nicht schlecht. Und ich kann ja mal einen Audi A6 Verbrenner mal ja einblenden, was der so kostet. Aber klar, da wird man noch viel dazu konfigurieren müssen, um eine halbwegs gute Ausstellung zu haben. Da wird man auf einen viel höheren Preis kommen. Aber als Grundpreis finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr von diesen Ideen haltet. Ja, mit diesen Aufhörwarnungen von hinten im Rücklicht. Was ihr von dem Preis haltet. Ob ihr den gut findet oder schlecht findet. Ich finde den eigentlich relativ gut. Ja, soviel zum Audi A6 e-tron. Finde ich echt spannend, das Fahrzeug. Endlich mal geht Audi mal ein Stück. Ja, Vorsprung durch Technik war früher mal der große Wahlslogan von Audi. Ein Stück in die richtige Richtung. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist echt krass. Und zwar geht es jetzt hier um Teslas FSD 12.5 Und das ist quasi eine Meldung von Investing.com ARK Invest jubelt FSD 12.5 bringt das Robotaxi schneller als gedacht. Und ja, ich weiß, da gibt es ein Video, wo angeblich Tesla bei Rot über die Ampel gefahren ist. Der andere hat geschrieben, nee, das war noch gelb. Lass uns nicht streiten. Klar, es ist noch nicht perfekt. Aber es muss echt gerade unheimliche Fortschritte machen. Und das sieht auch hier diese Invest-Firma. Ja, mit der Einführung von Full-Self-Driving 12.5 wurden nur bedeutende Fortschritte gemacht. Und letzte Woche führte Tesla diese neue Version vor. Für eine ausgewählte Gruppe von Kundenfahrzeugen. Also doch eingeführt, die mit einem Freisprechsystem ausgestattet sind, das von seinem neuesten Hardware 4 Inferenz-Chip angetrieben wird. Und dieses Update, dessen Parameterzahl sich im Vergleich zu den Vorgängermodellen verfünffacht hat, bietet eine drastische Leistungsverbesserung. Nutzer berichten von reibungslosen, ununterbrochenen und sicheren, KI-gesteuerten Fahrten, die 45 Minuten oder länger andauern. Und ich sage mal, wenn das Tesla wirklich schaffen sollte, dass die FST hinkriegen, als vollautonom, da ist dann wirklich 7500 Euro günstig. Sage ich jetzt mal so. Wenn das wirklich kommt, dass ich mich hier ins Auto setzen kann, auf dem Parkplatz und sage, fahr mich, was weiß ich, nach München, Krügerstraße 10. Und der fährt mich dorthin, ohne dass ich einmal eingreifen muss. Das ist der absolute Game-Changer, wenn das wirklich klappt. Und wenn es dann sagt, okay, du musst das bezahlen, musst aber noch einen neuen Chip einbauen lassen, okay, dann sollen sie es einbauen. Ich sage mal so, ich hoffe, es hört Tesla nicht, dann könnt ihr auch 10.000 Euro verlangen, inklusive Chip-Einbau. Ist auch nur meine Meinung. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Wenn das Tesla wirklich schafft, dass euer Tesla das kann, wenn das quasi überall auch zertifiziert ist entsprechend, das ist der Hammer, oder? Das geht durch die Decke. Wolltet ihr dann euer Fahrzeug nachrüsten? Wolltet ihr auch 7.500 oder 10.000 Euro in die Hand nehmen, um euren Tesla nachzurüsten? Schreibt mal in die Kommentare. Also ich würde das machen. Also wenn man es kann natürlich auch ganz klar, ja. Ja, Untersuchungen von ARC deuten darauf hin, dass das kommende Update FSD 12.5.x noch wesentliche Verbesserungen bringen wird. Es wird die Software für das Fahren auf der Autobahn und in der Stadt eine einzigen End-to-End-Lösung zusammenfassen. Während der Telefonkonferenz betonte Elon Musk, die Strategie von Tesla, seine Technologie für autonomous Fahren zu globalisieren, was ich sagte vorhin. Das Unternehmen plant, die behördlichen Genehmigungen für den Einsatz von FSD in Regionen wie Europa, China und anderen Ländern einzuholen. Die sind jetzt dabei. Das geht gerade ab wahrscheinlich, ja. Musk ist zuversichtlich, dass die vollständige Autonomie bis Ende 2024 und mit hoher wahrscheinlich bis 2025 erreicht werden kann. Ja, gleichzeitig geht das aktualisierte Bewertungsmodell von ARC für Tesla davon aus, dass 2025 sehr wahrscheinlich das Jahr sein wird, in dem Tesla seinen Robot-Taxi-Service auf den Markt bringt. Die konservativen Schätzungen gehen doch davon aus, dass sich diese Meilenstellen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40% auf das Jahr 2026 verschieben wird. Ich meine, das ist nichts Neues bei Tesla, ja. Aber Tesla macht da scheinbar gerade einen Riesensprung. Das ist echt der Hammer. Also es ist echt krass. Und ich verfolge auch auf YouTube die ganzen Videos, wo die Leute fahren, die neuesten Versionen ausprobieren. Also es ist echt Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass Tesla nochmal so einen Sprung macht. Ich war immer sehr, sehr skeptisch. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, okay. Das soll es dazu gewesen sein. Und jetzt Nummer 6. Ja, in der Studie. Was ist die Ursache für die E-Autoskepsis hier in Europa, in Deutschland? Ja, naja, politisches Zögern. Und das nochmal schön zusammengefasst. Zusammengefasst ist eine Meldung von egomento.de. Studie. Politisches Zögern und Zölle für China und Porter rücken ihr Autoziel in weite Ferne. Erinnert euch ja, die Bundesrepublik hatte mal ein Ziel von 15 Millionen Fahrzeugen. Bis 2030, sagen wir jetzt schon, das ist illusorisch, weil sie ihn nicht erreichen. Und was schade ist, auch schade für unsere Automobilindustrie. Und so schreiben sie auch. Um das Ziel zu erreichen, ist ein Maßnahmebündel der Bundesregierung und auf chinesische, also sind wir quasi auf das Maßnahmebündel angewiesen und auch auf chinesische Hersteller. Mit seinem aktuellen Kurs wird Deutschland die Zielmarke um rund 6 Millionen Fahrzeuge verfehlen. Und hier die Denkfabrik Agora Verkehrswende und Buston Consulting, was jetzt nicht gerade so meine Lieblingsberatungsfirma ist, und da habe ich ja sowieso gar keine, die haben quasi diese Studie rausgebracht, höhere Importzölle auf Elektroautos aus China würden demnach zu höheren Preisen für Kunden führen, und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie gefährden. Wer Klimaziele erreichen und den Automobilstandort Deutschland langfristig sichern will, sollte sich für einen schnellen Hochlauf der Elektromobilität unter Einbeziehung chinesischer Unternehmen einsetzen. Genauso muss es sein. Ein schneller Strukturwandel zur Elektromobilität trägt auch zu mehr Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China bei. Der Aufbau von europäischen Wertschöpfungsketten für Batterien macht unabhängiger von Chinas dominierender Marktsteller. Eine rasche Ansiedlung chinesischer Unternehmen in Europa nach gemeinsamen Spielregeln schafft mehr Wertschöpfung als Importe. Genauso sieht es aus. Wenn die Fahrzeuge hier hergestellt werden und wir an dieser Produktion, an dieser Wertschöpfung beteiligt sind, ist alles richtig gemacht. Und wenn da nicht VW in Audi, Audi macht es ja ein bisschen gerade, wenn die nicht mal einen Finger ziehen und sich mit daran beteiligen, dann machen die ihr Werk zu, während auf der anderen Straßenseite BWD ein Werk aufmacht. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, in Technologiebereichen wie der Batterie durch Kooperation Entwicklungsrückstände aufzuholen. Gerade im Bereich niedrigpreisiger Kleinfahrzeuge können chinesische Produkte helfen, den Markthochlauf für Erdus in Europa zu beschleunigen. Nach den Berechnungen der Studienautoren werden chinesische Hersteller bei einem Szenario, mit dem die 15 Millionen bis 2030 erreicht werden können, ein Markteinteil von etwa 15 Prozent am Bestand von E-Autos in Deutschland haben. Das entspricht etwa 2,2 Millionen Fahrzeugen. Sie sagen auch, okay, es müssen alle politischen, wirtschaftlichen Hebel müssen jetzt umgelegt werden, dass die 6 Millionen Lücke bis 2030 noch geschlossen wird. Ja, ich sage mal so, keine Chance. Leider. Also ich glaube das nicht. Bei dem Hickang, was da hier passiert gerade in dem Land, glaube ich das nicht. Wirtschaftliche Anreize, die Elektroautos günstiger und Verbrennerfahrzeuge teurer zu machen, seien etwa über die Kfz-Steuer und die Dienstwagenbesteuerung möglich. Die Kfz-Steuer können dafür bei der Erstzulassung ansetzen und stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtet werden. Oder ich sage mal einfach nur, faire und transparente Ladepreise an den Ladesäulen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sagen Sie auch dann hier unten, der schnellere Ausbau der Ladeinfrastruktur wird zu einem Plus, wenn etwa 0,3 Millionen Autos führen, haben Sie zumindest ausgerechnet. Doch das reicht noch nicht aus. Dazu sei die stärkere Einbindung von diesen Herstellern erforderlich. Ja und die Industrie braucht natürlich verlässliche Rahmenbedingungen. Das ist ja immer so. Das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, was eine Politik ja machen muss in einem Land. Ordentliche Rahmenbedingungen für die Industrie, auch für die Verbraucher, für die Menschen zu machen. In China ist die Möglichkeit, sein E-Auto fördern zu lassen, läuft glaube ich schon 20 Jahre. Und damit verbunden sind wir durch Planungssicherheit, während Strafzölle nur zur Unsicherheit bei Investoren, Verbrauchern und Herstellern führt. Ist ganz klar. Ja und so schreiben Sie noch, bis 2030 werden die Zahlen der Arbeitsplätze in der Kernautobielindustrie im Vergleich zu heute um rund 8% zurückgehen. Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze in angrenzenden Industrien entstehen. Das ist auch der Punkt. Wenn wir nicht mit China zusammenarbeiten, werden keine neuen Arbeitsplätze entstehen. Es werden bloß die alten im Bach runtergehen, weil die alten Autofirmen werden immer weniger Autos über die nächsten Jahre verkaufen und es kommt nichts Neues hier rein an Produktionsstätten. So würden wir quasi Produktion kriegen zum Thema Batterieproduktion, erneuerbare Energien und auch Ladeinfrastruktur. Und das bringt auch einen großen Bedarf an Schulung und Weiterbildung mit sich. Bei längerem Festhalten am Verbrennungsmotor und langsamerem Hochlauf der Elektromobilität sind langfristig mit deutlich höheren Jobverlusten in der Automobilindustrie zu rechnen. Und ich sage mal so, auch jetzt haben wir im Moment, wenn man googelt da mal nach, im Moment steigen überall die Arbeitslosenzahlen an. Ja und sie haben auch gesagt, sagt ihr, da gesamtwirtschaftlicher Finanzierungsbedarf beträgt wo 45 bis 65 Milliarden Euro, sind wir nur noch die Hälfte für die andere Geschichte da, ihr wisst, was ich meine, für zusätzliche Kaufanreize, Ausgleich von Mehrkosten und für die Ladeinfrastruktur. Ohne Kostwechsel würden auch über 2030 hinaus voraussichtlich deutlich höhere Kosten anfallen für den Verlust von Marktanteilen und Arbeitsplätzen. Na klar, es geht auch darum, weltweit Schritt zu halten, um nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit Autos zu verkaufen. Ich meine, das ist das Rückgrat der Automobilindustrie. Ja, die haben die meisten Autos im Ausland verkauft. Ja, in China zum Beispiel, ja, ganz viel. Ja, und auch hier ist man der Meinung, die Zukunft fährt elektrisch. Das nutzt dem Klima und im Automobilstandort Deutschland. Doch nur mit gut Zureden wird nichts erreicht. E-Fuels und Wasserstoff sind im Pkw-Bereich keine echte Alternative. Längliche, also längere öffentliche Debatten darüber halten aber schon heute Kunden vom Umstieg ab. Und genau das ist der Punkt. So günstig wie heute wird das nie wieder sein. Und wahrscheinlich ist das die letzte Chance. Worauf warten wir noch? Und das ist wirklich der Hauptsatz hier in diesem, in dieser Studie, in diesem Kommentar. Es ist einfach unglaublich. Und da gibt es noch schöne Kommentare dazu. So, ja, wie hier schreibt jemand, ja, sowas kommt, wenn man einen FDP-Brennstoffzellenbock zum Verkehrsgärtnerminister macht. Ich kommentiere das nicht. Oder hier zum Beispiel hat man, heute ist auf der Tagesschau zu lesen, dass China einen schweren Cyberangriff auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie in 2021, also wir haben jetzt 2024, verantwortlich gemacht werden konnte. Den Aussagen zur Folge scheinen Beweise wohl relativ sicher. Das ist ja ein Konjunktivjagd den anderen. Und so schreibt doch jemand, ich liebe solche Verallgemeinerungen. Ja, und dann schreibt jemand auch ganz interessant, ja. Um mein E-Auto zu bezahlen, müssten die Löhne drastisch erhöht werden, was wiederum zur Kostensteigerung in allen Bereichen führt. Und da habe ich hier geschrieben, hä? Was ist denn das für eine Logik? Also das sehe ich völlig anders. Ja, ich meine klar, erst mal ist es so, dass natürlich der Lohn, den ich als Unternehmen, einen Arbeitnehmer, einen Beschäftigten auszahle, natürlich meine Kosten sind. Das ist ganz klar. Wenn es aber so wäre, dass je niedriger die Löhne sind, desto niedriger meine Kosten sind und das für alle besser ist, führt in die Sackgasse. Ich meine, wenn ich meinen Arbeitnehmer am Ende nichts mehr zahle und da habe ich keine Lohnkosten mehr. Fantastisch, arbeiten alle bei mir, ja. Ich habe tausend Beschäftigte, die produzieren fleißig Autos oder zehntausend Beschäftigte. Ich habe keine Lohnkosten mehr. Ein Traum. Ich verdiene mich dumm und dämlich. Ja, und jetzt ruft er auch mein Autohaus an und sagt, du sag mal, irgendwie kommt gerne mein Auto kaufen. Ich meine, das ist doch eine ganz einfache Logik. Und deswegen ist das falsch. Ja. Ich will aber hier keine politische Debatte jetzt einführen, ja, aber ich will es bloß mal zu Bedenken geben, ja. Wenn man nach dieser Logik verfährt, ja, das führt absolut in die Sackgasse, ja. Je weniger Löhne ich ausbezahle, desto mehr sinkt die Kaufkraft, desto weniger Produkte verkaufe ich und ich sage, meinst du nicht echt fies wäre und ich sage, na, ist ja, wäre aber schön, wenn ich die alle hier als Sklaven beschäftige in Deutschland und verkaufe die Autos in ein anderes Land, da wo sie noch Löhne kriegen und damit mache ich meinen goldenen Schnitt. Das kann nicht die Lösung sein, ja. Also das sehe ich wirklich, wirklich völlig anders und deswegen kann ich wirklich nur nochmal hier dafür plädieren, ganz deutlich, wer ein Eigenheim hat, hat im Grunde immer die Möglichkeit, sich eine Wallbox zu installieren. Dann mach das. Ja, ihr müsst, ihr müsst auch kein Solar auf dem Dach haben, das ist völlig uninteressant, ja. Schon mit den normalen Strompreisen von 30 Cent im Schnitt der Waschstunde fahrt ihr viel, viel günstiger als mit einem Verbrenner und ihr habt keine Abgase mehr und macht was Gutes für eure Umwelt, für eure Nachbarn, für jeden Fahrradfahrer auf der Straße, für jeden Fußgänger, für jeden eurer Kinder, ja, die durch die Stadt laufen und weniger Abgase einatmen. Deswegen kann ich nur raten, es gibt nichts mehr zu überlegen und wer wenig Geld ausgeben will, dann kauft eben einen gebrauchten MG oder einen VW Golf, wie auch immer, also E-Golf natürlich, ganz klar. Ich kann wirklich nur dazu raten, mach das, ja. Und die zweimal im Urlaub ist es doch wohl ohne Probleme möglich, mal 15 Minuten an der Lade solltest du warten, dann weiterzufahren. Meine persönliche Meinung. Klar, ich bin immer der Meinung, Tesla hat das beste Gesamtpaket, aber wem Tesla nicht gefällt, kann man was anderes kaufen, die Auswahl ist mittlerweile schon da. Ich kann echt nur dazu raten, mach das. Je länger ihr euren Verbrenner behaltet, desto weniger weiter ihr dafür bekommt, nachdem ihr mal später auch eine Zahlung gebt. Ihr werdet sehen, das wird so sein. Ja, das waren meine sechs, diesmal nur sechs Meldungen. Wir kommen zu den kurzen Meldungen, die gehen wir nochmal schnell durch, aber auch sehr, sehr interessant. Fangen wir ein mit X-Bang, kündigt HPC Ladegeräten, jetzt kommt es mit bis zu 800 kW an. Und zwar im dritten Quartal, 24, also demnächst, wir haben jetzt August, wird X-Bang seine Schnellladestation von S5 launchen, was bis zu 800 kW bietet. Und der neue S5 Supercharger ist flüssigkeitsgekühlt und hat einen maximalen Ausgangsstrom von 800 Ampere, sowie eine maximale Ausspannung von 1000 Volt, woraus sich 800 Kilowatt Leistung ergeben. Seht mal, wie sie davon marschieren. Und wenn wir noch nicht immer schaffen, normale Ladesäulen hier einzubauen, wann sollen denn da mal die neuen kommen? Ja, und der S5 soll im dritten Quartal eben hier in Betrieb gehen und den S4 zur Seite gestellt werden. Der S4 hat wohl eine maximale Ladelastung von 480 kW, was auch schon sehr gut ist. Und laut CNEV-Post hat X-Bang auf dem Heimatmarkt in China zurzeit 1300 Ladestationen in Betrieb genommen, darunter 1000 Supercharger-Stationen und bis 2026 schrieb es noch neben 10.000 selbstbestimmte Ladestationen an, darunter 4.500 Flüssigkeitsgekühlt Ladestationen. Und das ist der nächste Punkt, der kommen wird. Wir haben das Ladenetz von China, sag ich schon, hier das Ladenetz von Tesla. Und es wird danach kommen, dass es die eine oder andere Automarke wird auch in Deutschland dazukommen, die ihre eigenen Ladesäulen aufbaut. Es wird leider, sag ich mal, nicht dazu führen, dass wir einheitliche Ladesäulen für alle Fahrzeuge haben. Klar, man kann ja auch bei Tesla garnierter auch laden. Das wird auch möglich sein. Ich denke mal, auch die, das muss alles natürlich entsprechende Vorgaben müssen gemacht werden, dass auch die Ladesäulen von X-Bang, so die mal nach Europa kommen, nach Deutschland kommen, die speziellen Vorgaben entsprechen, dass auch andere Fremdmagen, die laden können. Aber Fakt ist eins, den maximalen Ladepeak werden nur X-Bang-Fahrzeuge dort haben. Das heißt, wir werden verschiedene Ladeparks mit verschiedenen Ladesäulen von verschiedenen Herstellern in der Zukunft sehen. Da bin ich fest überzeugt, in den nächsten 10 Jahren. Das wird kommen. Und dann wird man sich echt auch überlegen, müssen, kaufe ich jetzt einen Tesla, einen X-Bang oder ein anderes Fahrzeug. Weil mit dem Tesla nützt mir die X-Bang-Ladesäule gar nichts, während ich vielleicht bei X-Bang viel gürzere Ladezeiten für viele größere Reichweiten habe. Das wird auch mit der Zukunft ein Argument sein, bei der Entscheidung, welches Auto ich fahren möchte. Ja, und in China ist schon ein harter Konkurrenzkampf. Nioh stellt etwa im Dezember neben der vierten Generation seiner Batteriewechselstation auch einen 640-KW-Lader vor. Also das erleben wir gerade in China, was da gerade passiert. Das wird auch nach Europa, nach Deutschland durchkommen. Das wird auch die nächste Geschichte sein. Ja, also auch finde ich echt mega interessant. Ja, dann die nächste Kurzmeldung. ElektroautoNews, wo BMW seine E-Batterien entwickelt und produziert. Und auch BMW dreht auf, wenn wir mal was anderes sagen. Für die sechste Generation unserer Hochwertbatterien bauen wir fünf Standorte auf drei Kontinenten aus. Ja, und für sie ist wichtig, die enge Anbindung der Batterieverdeckung an die Fahrzeugproduktion. Und das ist natürlich eine richtige Strategie. Es sollen ja erstmals von entwickelten Rundzellen zum Einsatz kommen. Ja, und wo soll das passieren? Und zwar in Niederbayern, in Ungarn, in China, in Mexiko und in den USA. Ihr könnt ja die Orte selber lesen. Niederbayern wäre jetzt Irrbach-Straßkirchen. Habe ich noch nie gehört. Ja, und die sagen natürlich auch, die kurzen Wege von der Batteriefabrik zur Autoproduktion verringern den CO2-Abdruck. Ist auch ganz klar. Ja, und im neuen BMW-Werk Debrecen werden ab 2025 die ersten E-Autos an der neuen Klasse gefertigt. Also nächstes Jahr geht's los. Im April 2024 erhielt die BMW Group das Baurecht in Niederbayern. Die erste Stütze wurde Ende 2024, Ende Juni 2024 aufgestellt. Bis Ende des Jahres soll das Produktionsgebäude mit Fassade und Dach geschlossen sein. Also auch da geht's vorwärts. Dann in China im November 2023 wurde die Produktionshalle in einer Bauzeit von nur 21 Monaten fertiggestellt. Seit März 2024 werden die Anlagen installiert. Also auch voll dabei. Und in Mexiko werden auf dem Werksgelände zusätzliche Produktionskapazitäten geschaffen. Die neue Hochvoltbatteriemontage feiert ihren Baustart. Im März 2024 soll nach Fertigstellung über 80.000 Quadratmeter umfassen. Also da geht's auch los. Und in USA in Werk Spartanburg und das ist in Südcarolina wird das BMW-Werk also es ist fast ein Gelände von 93 Hektar und es besteht aus einem Technologiegebäude mit Nebengebäuden, Energiezentrale, Betriebsgastronomie, Feuerwehr sowie Talent Campus wird das bestehen. Es werden dort 300 neue Abplätze geschaffen und nach der Baufertigstellung im Jahr 2026 sollen hier Hochvoltbatterien montiert und im Nachbarnwerk eingebaut werden. Der Spatenstück erfolgte bereits 2023. Also auch BMW dreht langsam auf. Die wissen auch wo Welt am Rest der Welt außerhalb Deutschland wieder die Uhren ticken. Dann eine Meldung beim Mobiflick und da geht es diesmal oben das neue Tesla Model Y Unipo und ich sag mal ja endlich ist mal Tesla ein bisschen innovativ und ihr seht schon das neue Model Y wird hier so eine durchgehende Heckleuchte haben und ich sag mal ja das ist es nicht der große Schrei sieht schick aus klar endlich mal objektiv so was schick ist aber ja ich finde das gute Tesla mal endlich mal ein bisschen in die richtige Richtung geht und sonst würde die Karosserie alles gleich aussehen da auch nochmal so ein schönes Bild und da sieht man ja das wird so kommen so wird der Unipo von hinten aussehen sieht ja echt schick aus ja und ja klar das erfolgreichste Modell von Tesla gucken wir kurz in den Text rein die Frage ist wann kommt das Tesla arbeitet zur Zeit in einem neuen Model Y wisst ihr ja selber Tesla hat das Upgrade für 24 ausgeschlossen und da schreiben sie ja Plan Tesla bei Model Y eine durchgehende Rückleuchte indem man das Logo integriert ich würde sagen ja das machen sie damit würde sich das Facelift von Model Y sehr stark vom Facelift von Model 3 unterscheiden weil es noch zwei Rückleuchte hat vielleicht ist auch der Grund um das neue Tesla Model Y deutlich später als das Model 3 kommt womöglich hat Tesla noch mehr geplant das Tesla Model Y ist immerhin deutlich wichtiger und verkauft sich auch besser ja dann natürlich den Innenraum den Innenraum sieht man auf dem zweiten Bild bei Reddit übrigens auch da gibt es die bekannte Ambiente Beleuchtung die bei Model Y jedoch schon im letzten Jahr nachgereicht wurde ja mal schauen bald noch neue Bilder kommen und ich sage mir ehrlich ich finde diese Ambiente Beleuchtung im Tesla Model 3 Highland ein bisschen armselig aber das nur am Rande ja jetzt sind wir beim nächsten Punkt ja BMW will keine E-Motorräder mehr bauen das ist ja e-fahrer.com hat mich sehr erschrocken denn ich fahre ja zur Zeit BMW Motorrad und ich habe gar nicht gewusst habe ich auch erst heute glaube ich gelesen oder gestern ja generell ist BMW der Motorradhersteller der die meisten Motorrads weltweit verkauft wusste ich auch nicht aber echt mega interessant also Verbrenner in dem Fall ja und jetzt schreiben sie hier mit dem E-Roller CE04 den ich hier habe lehrt BMW die Konkurrenz das fürchten freut mich sehr habe ich genau das richtige E-Motorrad gekauft das leistungsstarke Zweirad mit 31 kW bringt es in der Klasse 11 kW plus weltweit auf einen Marktanteil von 75% das wusste ich alles gar nicht ich habe mich echt richtig entschieden das Kuriose auch wegen des Erfolges legt BMW die Pläne für ein neues Motorrad jetzt auf Eis ja jetzt gibt es ja auch den CE02 von BMW der jetzt ja ich würde sagen eine Klasse unter dem CE04 ist mir gefällt ja nicht so das sieht alles schick aus ganz klar aber ich sage mal Nutzen Preis Kosten Nutzen ist für mich so ein bisschen fraglich das ist echt für mich so ein bisschen ein Fahrzeug für etwas gut betuchtere Leute die so kleine Spaßmobil für die Stadt suchen der Praxiswert ist relativ gering bei meinem Roller ja da ist pendlertauglich der hat ein ordentliches Staufach das hat er glaube ich ja alles nicht und hat eine halbwegs ordentliche Reichweite deswegen wäre das der CE02 für mich quasi nichts ja zu den Gründen für die Entscheidung hat auch der Erfolg des CE02 beigetragen der Leiter der BMW Motorradabteilung erläuterte BMW aber bisher rund 14.000 Stück des Rollers verkauft wenn es damit gelinge gegen Zero Harley-Davidson und andere drei Viertel des Marktes zu erobern könnte dies nur als Zeichen einer schwachen Nachfrage das ist wohl richtig ja und der geplante E-Ruster wurde daher trotz des bereits betriebenen Aufwandes nicht weiterentwickelt was schade finde es sei einfach nicht sinnvoll gelten ein Segment zu investieren in dem kein Markt vorhanden ist ja der E-Motorradmarkt ist wirklich nochmal einen Ticken schwieriger aber wie gesagt wir haben Pendlerfahrzeug gesucht die sind schon dünn gesät aber schon erhältlich ja er sagt auch noch es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt wir reden über die nächsten vier bis fünf Jahre und ganz wichtig der CE04 wird weitergebaut ja eine Absage bedeutet das keineswegs er kommentierte und fasst zusammen CE04 damit A1 Führerschein und zu fahrende CE02 werden weitergebaut und BMW werden diese Richtung noch mehr machen gedacht zum Beispiel an eine moderne Form des Dachrollers C1 erinnert euch bestimmt auch eine ganz interessante Geschichte entsprechende Pläne habe es früher schon gegeben sie werden jetzt aber stringent weiterverfolgt ja aber dabei geht es auch bei dem C1 nur um einen E-Antrieb Verbrennermotor beim C1 ist Geschichte große Vorteile beim C1 war ja keine Helmpflicht das wollen sie fortsetzen die Chancen von E-Rollern wie dem CE04 und dem CE02 oder dem C1 schätzt BMW als ausgezeichnet ein das Platzproblem im Startverkehr nehme ich bisher eh zu was für die wendigen Maschinen spreche und dann noch nach Verbrauch also Verbrauch der CE04 bei sparsamer Fahrt rund 7 bis 8 Kilowatt schon von Kilometern womit die Kosten für den üblichen Arbeitsbeweg bei nur noch wenigen Cent liegen das ist völlig richtig ich habe jetzt auch schon viele Erfahrungen mit dem Fahrzeug hinter mir gemacht und ich habe im Grunde auch so einen Schnitt zwischen 7 und 8 Kilowattstunden da kann man echt nicht meckern und ich bin sogar schneller als mit dem Auto also ja nur 1, 2, 3 Minuten auf dem Fahrweg aber das ist wirklich so also man kann man kommt an Staus besser vorbei sag ich mal also es macht echt schon was aus nochmal eine deutlich bessere Beschleunigung als 0 bis 50 da bin ich schneller als der Tesla also bin ich mega mega erfreut über das Fahrzeug aber das war dann demnächst in einem Video ja kommen wir zum nächsten Punkt Gefahr an der Ladesäule wichtiger Punkt für alle die oft an öffentlichen Ladesäulen laden das ist ja von Auto, Motor und Sport ja und da geht es darum dass Cyberkriminelle den QR-Code überkleben ihr habt da ein Bild davon ja zieht es durch die wollen eure Kontodaten ran das bedeutet wenn ihr diesen wenn ihr das nicht seht und das abscannt das ist echt ganz raviniert gemacht öffnet sich augenscheinlich augenscheinlich die offizielle Seite des Betreibers in dem Fall hier Ubi Trisiti also krasser Name ja derjenige seine Kreditkartendaten eingegeben doch dann erscheint in der Online-Banking-App des Tesla-Fahrers seine Freigabeanforderung über 2000 rumänische Laie also 402 Euro der Berliner bricht den Vorgang ab lässt die Kreditkarte sperren was aber gar nichts genützt hat etwas später entdeckt er den Auslöser des Betrugsversuchs und zwar falsche QR-Codes an 5 Ladelaternen ja sein Fazit Tätern wird es zu leicht gemacht wenn QR-Codes nur aufgeklebt sind ja und das Tückische ist eben sie können quasi die Kreditkartendaten die ihr eingibt mitlesen und dann für die illegale Abwuchung verwenden selbst wenn das dann abbricht oder ihr nicht ladet ist das schon zu spät und das Tückische ist auch aber auch wenn ist das Laden ganz normal möglich eventuell blockieren Täter sogar mit Störsendern den Handy empfangen oder die Säule selbst um QR-Code Nutzern zu erzwingen das ist ja auch eine fiese Methode ihr geht dahin ihr wollt es mit dem Handy machen und es funktioniert nicht und ihr müsst den QR-Code nutzen ja und jetzt kommt es aber in einer leicht abgewandelten Betrugsvariante landen Opfer auf gefälschte Webseites die aussehen wie die der Säulenbetreiber nach Eingabe der Zieldaten ist das Laden aber unmöglich die Betrugsopfer dann sind aber die Kurschen abgehoben und Fälle sind wohl bekannt aus Belgien Niederlanden Frankreich Spanien Italien und auch Deutschland das nennt sich ja Quishing und es sei innerhalb der EU definitiv ein Problem wenn nicht sogar weltweit und jetzt sagen Experten es wäre doch besser wenn der QR-Code auf dem Bildschirm wäre und nicht aufgeklebt wäre das ist sicher außer man hackt die Ladesäule und genau Ionity zufolge das aber genau dass QR-Codes die auf einigen unserer Ladegeräte angezeigt werden vom Betrüger manipuliert werden können ich meine klar Betrug geht immer irgendwo ja und dann der Rat Kunden sollten beim Scannen von QR-Codes stets sicherstellen dass sie auf unserer offiziellen Zahlungswebseite weitergeleitet werden was ja nicht immer ersichtlich ist Eon weist darauf hin dass es seit 2021 keine Quishing Vorfälle gegeben habe damit er empfiehlt seinen Kunden die eigene Lade-App die auch ohne QR-Codes erkennen das ist auch wichtig also macht das aus der App heraus öffnet erst die App des Anbieters scannt damit den QR-Code ab weil dann seid ihr schon in der App und dann wenn das ein falscher QR-Code ist wird er nicht erkannt aber klar ist auch so ein Ding ihr öffnet die App ihr scannt den Code es funktioniert nicht was macht ihr ihr macht es mit einer anderen App oder ohne App und dann seid ihr doch wieder reingefallen beim Scannen bei der App werden falsche QR-Codes erkannt wenn ihr ad hoc laden wollt könnt ihr an der Autobahn Kreditkarten diese Geräte nutzen oder melde sich bei Tesla an Thema ist durch ja Schatzwerke München kennen wohl keine Quishing-Fälle an ihren Wechselstrom Ladesäulen mit Klebe-Codes EnBW weiß nichts von Quishing-Fällen ich nenne es mal Kishing oder Quishing-Fällen und plant auch nicht den QR-Code in die Bürschelmanzeige zu integrieren beim Scannen via App werden falsche QR-Codes erkannt sagen sie und die Berliner Firma erklärte dass an weniger als 30 Ladesäulen die gefälschen erstiger gefunden wurden ja und Jörn Martin Person machte bei Klebe-Codes jetzt immer immer die Nagelprobe erhebt den Aufkleber bei Fingernagel leicht an um zu sehen ob darunter vielleicht ein zweiter steckt das kann es auch nicht sein also passt auf wenn ihr in solchen Ladesäulen ladet ich habe da auch schon mal geladen ich habe da nie drauf geachtet bis jetzt Glück gehabt immer schon vor sich sein ja dann kommen wir zur nächsten Kurzmeldung Nummer 6 ja und das war ja klar früher oder später wird das passieren ja das kostenlose Parken beim Laden endet ja wir haben 2024 das hat ja lange funktioniert ja und zwar ist das hier Iserlohn also nicht hier mein Umfeld aber überall kommt denke ich mir Parkscheibe reicht nicht mehr aus Iserlohn streicht Privileg für E-Autos das ist hier eine Meldung von comon.de am 1. August also wir haben heute den 2. gestern trat die neue Gebührenordnung der Stadt Iserlohn in Kraft die bisherige Gebührenfreiheit für E-Autos entfällt künftig ist an allen Parkautomaten auch für E-Fahrzeuge einen Parkvorgang zu lösen das teilt die Stadt mit und das ist auch so ein Ding ja die Tarifschulder an den Parkautomaten werden dafür in Kürze ausgetauscht wo ich dachte Moment mal wenn ihr da was verändert müsst ihr doch erst die Schulder austauschen und dann was verändern und nicht umgekehrt aber bis dahin bis die Schulder ausgetauscht werden werden noch sogenannte Höflichkeitszettel und der Ausgibt wird darauf aufmerksam gemacht dass eben zu bezahlen ist ist ja nett jetzt haben wir wenigstens das aber jetzt geht es hier los ich habe glaube ich noch eine andere Stadt gefunden da war es auch schon so dass es auch endet es ist ja klar dass es irgendwann kommt das heißt ich meine ich kann das auch ein Stück weit verstehen warum soll man kostenlos parken können nur weil man sein Auto dort laden muss aber natürlich klar ist es wieder ein Stück Verschlechterung der Vorteile die man mal hatte als E-Auto-Fahrer ja und jetzt ganz zum Schluss wie effizient Tesla eigentlich baut und das ist ein schönes Bild was ja aus X mal veranschaulicht ja das ist hier die Meldung von Elon Musk selber und da kann man sehen das hier unten ist der Antriebsstrang ja der E-Motor und alle 5 Sekunden wird ein Antriebsstrang von Tesla fertiggestellt und Elon Musk schreibt eines Tages wird Tesla einen Antriebsstrang pro Sekunde bauen ist nur die Frage im Robotaxi oder im Tesla im normalen Tesla ja aber Wahnsinn da seht doch mal wie professionell Tesla Autos baut ja die waren immer besser ja also und wurden früher ausgelacht ja von den ganzen deutschen Herstellern das ist echt Wahnsinn ja also ihr seht Tesla wird immer effizienter das ist Wahnsinn das ist echt Wahnsinn was der E-Motor auf die Beine gestellt hat unabhängig von seinen politischen Geschichten jeder hat sein Recht auf eine eigene Meinung ich kommentiere das nicht ja das muss mir nicht gefallen oder kann mir gefallen das ist nicht mein Thema jeder hat sein eigenes Recht ja und aber echt Wahnsinn was Tesla hier das ist echt der Hammer ja Wahnsinn ja das waren meine News KW 31 2024 ich hoffe die haben euch gefallen ich hoffe die waren kommentiert fleißig ich habe ja genug Fragen gestellt bin mal gespannt auf eure Antworten und am meisten würde ich mich freuen wenn jemand sich meldet der bei diesem Batterieumtausch oder Reparaturfirma in Ungarn war mal seine Erfahrung mitzahlen das würde mich echt sehr interessieren ansonsten denkt immer dran Daumen nach oben klicken wenn euch die Meldung gefallen hat abonniert gerne meinen Kanal genießt noch das Wochenende so ein bisschen ich hoffe das Wetter wird schön ansonsten noch viel Spaß im Netz bis demnächst euer Christian Technik Ciao